Ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Nothion. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Ach, Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Geh!